Hallöchen und Willkommen zu Let's Play Saints Row Assert Was machen wir denn heute als erstes? Vielleicht sollten wir erstmal kurz in unser Domitil gehen damit wir den Bullen loskriegen Du bist scheiße Hey kommst du kurz rein Schlafen weg Wir sind da ganz hoch Okay So dann kann ich kann man ja jetzt hier noch kurz ins Garage hinziehen Der Archi Alter das haben wir schon wieder Bullen am Hals Was? 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 Jetzt haben wir das direkte vor geparkt Das war nicht Too easy Du scheiße Alter verpiss dich Nitro Oh Ich liebe Nitro Ja weil Albert was machen wir denn jetzt? Wollen wir Ich sag mal so Gang Aufträge Du siehst du auf der Karte diese komischen Fäuste Warte Karte Alter lass mal ein Auto Ja du kriegst jetzt auch einen Platten Ach komm Das war jetzt nicht ich zwar ein Bulle Und der holt jetzt auch einen Alter was hat das für einen Sinn Der holt mich auch noch aus Ich will den Jeep Ich will den Jeep da vorne Noll Der Jeep ist cool Boah ich will den Jeep da vorne Ich will den Jeep Wir müssen umdrehen Warum? Ich hab da jetzt mal so eine Faust markiert Äh warte mal kurz bevor du da hinfährst Ich will so ein Jeep Alter wie du die Autos wegfetzt mit Nitro Boah Alter Lauf ich mir jetzt So schnell Haha Ja jetzt darf Jetzt muss Alter ich komm hier nicht vorbei Ich ist voll die Straßensperre LKW mitten auf der Straße Ich fahrts einfach mit Nitro durch Und jetzt bin ich die komplette Brücke runtergeflohen Ich hab keinen Plan wo du hinfährst Ja ich bin ein bisschen schnell ich weiß Ne das Problem ist Ich seh nur dein Namensding und Keine Ahnung zu welchem lila Fäustchen du hinfährst Oder pinkes Fäustchen Naja ich mach das kurz Na ja ich mach das kurz Ach ne jetzt kommt auch noch Bullen Nein Don't kill me Ich bin tot Alter die hässlichen Bullen So viel dazu dass du's alleine machst Ja wären die Bullen nicht da Hättest du auf mich gewartet und das mit mir gemeinsam gemacht Boah ich kann das hier nicht mehr aktivieren Wieso geht das nicht mehr? Naja dann muss ich mal kurz wegfahren So Kann ich jetzt wieder zurück? Ja Ja Nicht schon wieder Ach Also ich hab's erledigt Ich auch gleich Nein Don't kill me So warte ich hol jetzt hier mal meinen Genki Wär Vorteil Und dann Klasse mich verfolgt ein verkackter Hubschrauber So Ha ha Hä stand das bei dir jetzt auch grad dran? Dass du's erledigt hast Ja Kann sein Oder müssen wir das beide Einzelne machen Ne Ich glaub's Ich hab's nicht gesehen Aber ich war grad auf den Hubschrauber konzentriert Deshalb aber ich glaub schon dass es dran stimmt Ja da müsste ja ganz groß was dran stehen Also das kann man eigentlich nicht übersehen Ja oben Oh doch wenn man so nicht voll auf den Hubschrauber konzentriert ist Und Verdammt der Kacke Wie viele Wollen wir jetzt einen Auftrag machen? Ich hab gedacht wir mal noch mal so Fäustchen Oder sollen wir mal wieder zu Dr. Genki gehen? Nö ich halte jetzt Bock auf einen Auftrag Ok Danach machen wir Ja Wieder was bei Dr. Genki Dann machen wir das doch Dann Was ist das? Nö aufsteigen Ich bin ja hier Ich bin ja noch kranker Ich bin ja noch ein Sonst killen die mich hier noch Ok Mein Ort hat nämlich schon leicht gequimt. Jetzt haben wir voll den Dialog unterbrochen. Ich würde nicht auf den großen Mann. Schau, ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Wir müssen zusammenarbeiten. Genau. Johnny ist tot, weil du. Johnny ist tot? Weil er dachte, er könnte alles auf seine eigene. Also, was ist für dich? Ich kann mich sehen, dass Kilbane zu kämpfen. Kannst du gut spielen? Äh... Lord... Was ist denn hier? Die ist stuck? Banana... Alter! Ist das nicht die eine Frau da, die so sauer war, wenn wir ihre Veröffnung da geblättet haben? Was? Ja, die mit der Schere, wo er was neu eröffnen wollte. Ach so, doch. Das wird so komisch. Die Kanzlerbraut oder... Ach... Die war doch vielleicht da angepisst. Ja, weil wir die Brücke von dem Mann zu stecken. Was? Was ist ein Gentleman? Mir gefällt die Brücke von dem Mann zu stecken. Ja, geht. Erinnert mich ein bisschen an Crisis. Mich hinert es mehr an Mass Effect. Ja, doch stimmt. Ja, das hoffe ich auch. Ja, das hoffe ich auch. Die killen die Nutten. Huh. Jawohl. Nein! Oh, ich wollte das... Ich wollte doch nur das scheiß Gewehr von dem auflegen. Guck mal, was die für Gewehre haben. Ja, voll geil. Ich glaub's ein Gewehren. Also die Rüstung von denen wird da voll kaputt gemacht, wo wir schon zu Bomben sicher sind. Ist aber die Türen... Naja... Die hält alles aus. Ja, klar. Pufftüren sind immer... Was? Die tusten wir jetzt sehr ernst mit Krieg. Alter. Das mit der Pistole ist klar. Das mit der Pistole ist klar. Ja, natürlich. Äh... Mir gefällt das ganz und gar nicht, was hier passiert. Äh... Das kann... Heiter werden. Äh... Was? Alter, kann ich zum Teil jetzt fernsteuern? Nein. Wie das Ding halt... Einfach nicht, Donkey. Aber... They're dropping soldiers over here. Hehehe. Das... Was müssen wir... Ah... Nice! Ich hab nur noch ein Genki. Ah, ich hab das zwei. Oh mein Gott! Misch die! Äh... Und den hab ich verkackt. Aha! Hörgerützt. Hast du gesehen? Ja! Dum 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 dum! Ich hätte ja noch meine Snipper dabei, aber... Viola! How's it going over there? I'm trying to hotwire an Elevator while I'm being shot at! How do you think it's going? Love, the confidence there! If you think you'd be better at it! No, no, that's all yours! No, no, that's all yours! Come down, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Ich nehm die hinter uns. Also... Ich snipe mal die Typen da. Okay, ihre Drecksrüstung hält... Kein Sniper-Schuss aus. Das ist schon mal gut. Ja. Weil ich hab keine Snipe dabei. Hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Oh, das ist... Alter! Ich hab doch hier dieses... Ach, das... Ja. H-holt ihr mal so ne Waffe von dir? Kann ich? Ja. Die holt die Dinger ohne... Ahm ohne 600 Schuss ohne nachzuladen. Alter! WTF? Ich glaub ich behalte das Ding. Das gefällt mir. Ah! Alter! Was sind das für Flugzeuge? Findest du die Gewehr auch stylisch? Ja, die Gewehr sind richtig stylisch. Alter! Ich frag mich was bis der Junge aufrüstet. Alter, guck mal was da unten steht! Oh, die Panzers! Wissen du? I help you! Ja klar, der Dicke stirbt als er. Ja, der ist weg. Was ist der nächste? Ja, der ist weg. Na, der ist weg! Das ist weg! Das ist weg! ja bewegt euch was ich muss nur drin stehen ein na wie schmeckt euch eure eigenen Waffen hier warte mal geh mal nicht so weit rein so mit sich selbst das wollte ich ja genau als du dir also wie der mitten im Weg steht ach du scheiße ja äh wollt ihr einsteigen holt ihr mal schnell eine ach du scheiße ich hol mir so einen stylischen Jeep ich auch guck mal die Männer steigen immer bei dir ein und steigen die Frauen ein ja ne ich hab nix gegen die Viola also das ist schon eine Frau die man also ich finde die mal hübsche als schon äh also also überall überall du musst mal mit dem Ding gegen ein Auto von denen fahren das ist das ist das ist das ist das ist das ist alles weg das ist das ist das ist das ist das ist so wurde leider unterbrochen oh mein gott da steht ein laserpanzer ne feier ne ohne witz probier fährst du auch grad so ein Jeep ja crash die haben aber auch so die haben aber auch so jeeps und die verlieren hä in was für nem Jeep sitzt du äh in so nem so nem ganz normalen und so nem geschütztorben halt ich sitz halt in so nem Panzerfahrzeug ja ich auch das so nem Jeep wo vorne so ne Ramme dran ist also ich bin jetzt vierhundert Meter vom Ziel entfernt du tausend soll ich schnell reinfahren ja hau rein ach 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 wir müssen ja noch zu unserem neuen Ziel Alter Jungs komm 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 gut ich schaft mein Name ist Cyrus Temple Kommanderin der Special Tactical Anti-Gang Unit ich bin hier für Ihre Frage über die Stag Initiative wie lange wie lange wird Stag occupierst Stilport kein occupation wir haben voll Stag wie Stag impact unsere daily wenn wir die Krieg auf Urban Terror Sie und Ihre Familie wird ich war bis sie gangbanger und sie schreit sie rief äh, ja, jetzt haben wir neue Gegend, oder was? Ja, sieht so aus. Das gefällt mir ja mal ja nicht. Boah, Viola ist jetzt unser Team-Mate. Endlich mal eine hübsche Frau in der Gegend. So. Boah, ich will wissen, ob man diese, ob man die Stylisch-Werf hier aufrüsten kann. Die gefällt mir überall. Sollen wir dann zum Genki gehen? Zum Dr. Genki? Ja, gerne zum Dr. Genki. Oder rüsten wir erst mit uns drauf nach. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann holen wir uns mit, oder? Ähm, hier ist doch unser Domizil gleich. Ich will nur nach, äh, wo kann, wo geht's in der Garage? Äh, da musst du hier runter. Wo bist du? Da, hier. Hier runter. Ah, okay. Ich will mir noch kurz ein Auto holen. Ja, ich fahr schon mal zum Waffenjob. Hä, wo kann ich mir hier ein Auto holen? Da ist doch dieses Schloss, da musst du eh drüten. Nö, hier sind nur die Aufzüge. Dann hast du hier in dem Domizil kein Auto geparkt. Toll. Ja, da, du weißt schon, dass die Garagen einzeln zählen. Ja, ja. Aber, oh, ich konnte doch hier, die Hohen, Fahrzeuglieferung. Ja, okay. Kann ich mir doch ein Fahrzeug liefern lassen? Kann ich Geld abheben, oh, sorry, falsche Taste. Kann ich Geld abheben schon? Danke, Digga. Oh, mein Gott. Falsche Taste. Ich will aber ein anderes. Ich guck mal, wie das Gewehr abgeht, wenn man es verbessert. Egal. Alter, Stufe 2 kostet 18.000 schon. Karte. Hier. Diese Invasion of Armed Forces, known as the Stag Initiative, vows to end the death and destruction that has plagued our streets. Upon their arrival, a raid was conducted on a popular nightclub, where the head of one such criminal organization was said to be hiding. Several people were shot and killed in the ensuing fireflight, while property damage is estimated in the hundreds of thousands. This is Jane Valderrama, with your Steelport Safety Update. Und, aussteigen. Boah, hier laufen gerade Nachrichten. Nein, 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 nein. Rein da. Ach, das ist... Woher are you? Willst du mich verarschen? Bist du nicht in einem Waffenladen? Doch. Oh, nee, ist ein Tattoo-Laden. Also, äh, ich weiß, jetzt siehst du mich auf der Karte, weil ich stehe neben dem Waffenladen. Epic Fail. Hier haben wir einen Waffenladen. Kann ich mir jetzt noch mein Fahrzeug liefern lassen? Ah, ja. Hm, war das denn mein Auto? Toll. Fette, mir knallhart eine Delle in mein Auto. Penner. Ach, fertig. Okay, das erklärt's. Frauen am Steuer. Du bist grad voll vorbeigefahren. Nee. Ich hab mir einen markiert. Guck mal, wo ich bin. Da ist der Nächste. Egal, ich bin gleich da. Ich hab ja Nitro. Wow. Alter. Die, äh, ST, AG, Fuzzis haben hier voll viele Abkürzungen gesperrt. So, so den Park und so. Voll die Spass. Alter, die lade ich jetzt auf den Straßen rum, gell? Echt? Alter, wir haben sozusagen jetzt eine neue feindliche Gang. Eine Gang, die Gangs bekämpft. Das wollte ich gar nicht. Alter. So. Waffen kaufen und verbessern. Ich geb dir einen Tipp. Greif keinen Bürger aus Versehen hier auf der Straße an. Das kostet dich ziemlich viel. Alter, die Waffe verbessern kostet ja übel. Welche? Die, die, die wir aufgehoben haben? Ja. Ja, Stufe 1 kostet ja schon 18.000. Ich spare. Also ich hab sie schon verbessert. Ich hab, au, ich kann ja, ich dussel. Ich kann dir ja hier Geld abheben. So. Aber die macht ordentlich Damage. Das Geil ist, du musst nie nachladen. So. Guti, dann hätte ich gerne noch Munition. Bleib mal da, wo du bist. Und dann würde ich gerne die Waffe hier wieder gehen. Meine Snipe austauschen. Beweg dich nicht von der Stelle. Ich hol dich jetzt mit der geilsten Karre der Welt ab. Okay. Ich fau wohl mit meiner eigenen Karre. Ja, ich hol dich ab. Du kannst ja mitfahren. Äh, du musst ja nicht mitfahren. Alter. Alter, und das schleppt doch die Bullen wieder an. Warte mal auf mich. Ich hab hier nicht so viele Gefährtchen unter der Haube. Ach, Alter. Alter, wir müssen dringend eine Mission machen. Ich brauch dringend Cash. Hallo. Komm mal hierher, wo ich bin. Hier ist eine Faust. Okay, warte. Ich bin auf dem Weg. Du bist auf der anderen Seite, oder? Wie komm ich da hin? Da musst du nur hochkommen. Ach so, okay. Ich verstehe. Brauchst du noch meine Hilfe? Nö, ist eigentlich noch einer da. Okay. Du bist nutzlos. Schlampe. Oh, ja, genau. Aber warte mal auf mich nicht. Alter, ich will mal wissen, ob ich von hier so ein Auto springt. Nein, kann ich nicht. Alter. Alter, Alter. Ich hol dir mal ein Auto, damit wir zum gleichen Ganky fahren. Ich steig einfach bei dir ein. Während man seinen Hut abzieht. Äh. Why? Du kannst loscruisen. Ja, ich musste nur kurz mal kehren. Ich muss dir sagen, was? Alter. Wieso hat es mich immer aus dem Auto raus? Ja, komm, steig ein. Ich bin auch mit. Dreckigen Jeep. Oh, nicht die Leute, ey. Los, steig ein. Steig ein. Warte, ich komm. Ich nehm eine andere Straße, aber ich komm zu dir. Hallo, komm mir mal hinterher. Ah, okay. Okay, jetzt den kommt. Okay, weiter geht's. Lunge. Danke, dass du überfährst. Sorry. Jetzt fährst du vor, um nichts zu wissen. Ja. Ich darf das. Ja, diese Banden. Typisch. Ich schrotte hier mein ganzes Chaos. Wohin? Eigentlich will ich, dass die Typen da reinfahren, nicht du. Too late. Äh, wo bist du? Ich bin hier tot. Und wer sagt, dass ich nicht? Man kann's ja auch übertreiben. Alter! Äh, wir müssen voll krass irgendwo hin. Ja, wir müssen einfach schnell weg. Guck mal, wie die hier alles zugesperrt haben. Und jetzt hab ich auch den Klassik-Sender dran, der ist eklig. Ist da das Genki-Teil? Ne. Das ist Panzer, Vandalismus. Der Genki kommt da vorne. Müssen der Genki-Teil? Ist das noch weiter? Naja, wir sollten gleich da sein. Ja, da ist er. Okay. Endlich Ruhe. Professor Genki-Teil. Genki-Teil. Ladies and gentlemen. Welcome to another round of Professor Genki's Super-Ethical-Reality-Climax. Nein. What can we expect in this arena today? Zack, this particular arena features a lot of fire, a lot of lightning, guns and a lot of pain. Ah, your favorite. In other words, a perfectly normal Professor Genki arena. That's right. And like any other arena, Archantesse can pop up on the castle. Ich darf keine Pandas töten, gell? Ja. Gib mir die Wurst. Ich will die Wurst. Oh, warte. Oh god. Genki-Time. Es ist Genki-Time. Es ist Genki-Time. Und gerade dann geht's los, obwohl ich schon durch bin. Und jetzt ist es so. So, jetzt. Vertical. Es ist hell. Es ist los. Ich finde aber nie Teddys. Äh, Pandas. Alter. Alter. Äh. Mich schockt's, obwohl ich schon längst weg bin. I'd hate to be a mascot facing this contestant. Äh. The present is now in play. Hoho. That triggers the Hunter. Toughest part of the match right here. Every shot seems to hit some minutes. Ein Häschen. It seems like a lock for this player. The present is now in play. Another great version. Yeah, we have it. Yeah. Da hinten ist zwar so'n Typ mit Minigun, aber... Ich will mir mal dem seinen Minigun. Hoho, here we go, Bobby. More Hunters. Will this player go over the cash? How many of this beast can one person take? Ich hoffe, du nimmst das mit dem fetten Typ hier auf. Ja, ich... Da sind zwei. Ich bin tot. Ich auch. Da waren zwei. Nochmal. Ich glaube, wir sollten das diesmal ein bisschen taktisch angehen, nicht so durchrushen. Leicht taktischer, ja. Wie ist das, müssen da eigentlich alle töten? Äh, ne, eigentlich könnten wir auch genauso gut durchrushen. Ach so, okay. Welcome to another round of Professor Genki's Super Ethical Reality Climax. Bobby, what can we expect in this arena today? Huh, what's that? This particular arena features a lot of fire, a lot of lightning, guns, and a lot of pain. Ha ha, your favorite. And other ones are perfectly normal Professor Genki Arena. That's right. And like any other arena, Archiptesse can pile up a mountain of cash in a hurry. This contestant, the leader of the Notorious Saints, has had some success in the reality Climax already. Let's see if they can handle the challenge that's for them today. Äh, wenn wir Geschenke kriegen, gilt es der für uns beide. Ist bei dir die Pumpgun jetzt auch voll auf? Ja. Weil bei mir ist die... Siehst du bei mir die Pumpgun? Weil bei mir ist die... Äh... Scheiße, ich hab grad den Panda geklid. Ich hab grad den Panda geklid. Okay, Flint ist hier grad der Recht und gesprungen. Ja, ich hab... Ja, ich hab... ...oder celebrities to give Professor Genki's a chance. Alter! Oh, ich auch. Oh, shit, ich hab auch einen Panda. Oh shit, ich hab auch einen Panda. Oh shit, ich hab auch einen Panda. Oh shit, ich hab auch einen Panda. Komm schon! Komm schon! Ist klar! Ich steh hinter der Wand und sterbe! Komm, probieren wir noch einmal! Alter, der Drecksack mit seiner dämlich Minigun nervt! Ich war Junge! Schlag verschluckt! Ich bin sicher! Ganky! 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 Ah, ich bin voll gefuckt! Schon wieder mit dem Winter! Alter, die Kacke, träumt mich doch So, jetzt Boah, geil Ich sieh kein Gegner mehr, ach da oben Wir haben einen Time-Bonus bekommen Alter, du bist Okay, jetzt lass mal aufpassen Da kommt ja schon der Dicke Ich schuhe St. Johnny Gat zu 100 und du wefft ihn selbst. Äh, wie lässt du ihn jetzt sprengen? Hm, nicht viel. Beziehungsweise gar nicht. Ist der noch da? Ja. Ich hab ihn gekillt, ja. Nice. Wir haben jetzt zu f***damage. Hau. Loll, wie der Typ rumsparkt. Der steckt ja mal voll in der Wand. Da ist... ...John ganz mit dem anderen aufgehoben. Oh nein, hab ich nicht. Dafür hab ich's gemacht. Alter, ich bin gleich sowas von am Aus. Also pass auf. Ist das nichts? Du erinnerst seinen Trial ein paar Jahre zurück. Ich hab keine Chance, Zach. Alle Contestor und Professor Ganker soll das so gut performen. Haben wir's geschafft? Nein, seid so. Hä? Oh, das ist mal scheiße. Okay, machen wir noch einmal. Das war beim ersten Mal einfacher. Oh. Warte, warte, warte. Soll ich mich mal versuchen, dich zu retten? Ja. Okay, komm. Das war das für unser Rush-Versuch. Alter, mich schlägt so auf. Ich schlägst du dich. Dieses Feuer. Alter. Ja, das war das. Alter! Alter! Alter, geh mir nicht auf den Sack. Exit. Nein, nicht umdrehen! Nein, nicht umdrehen! Nein, nicht umdrehen! Jetzt sollten wir am besten die, ähm, die richtigen Sniper-Campen. Alle hier! All right, kann ich jetzt aus dem? Alter, kommen hier noch welche. Alter, du kannst da gar kein SR. Das schaffst du nicht. Du glaubst, Zorna kommen nochmal, aber ich weiß nicht, wie viele. Okay, wir haben die Hälfte verlassen. Ich glaub, da müssen wir besser sein. Ja. Da müssen wir, sollen wir uns ein anderes suchen, da gibt's ja mehrere. Wir machen jetzt erstmal Schluss für den Part. Jo Leute, bis dann. Jo Leute, bis dann.